Ich bin die Christina Keller, ich bin 19 Jahre alt, komme aus der Münster und bin im dritten Lehrjahr als Natalber Technikerin. Ja, ich sage mal, mein Tor ist Zukunft, weil mein Tor braucht man für alles und es ist einfach wichtig. Auf jeden Fall, man muss konzentriert arbeiten, man muss auf jeden Fall genau sein und ein technisches Verständnis fürs Planlesen ist auch wichtig. Also neben meiner Lehre, ich mache jetzt noch eine Lehre mit Matura, danach mache ich meinen Lehrabschluss und durch eine gute Grundausbildung stellen wir eigentlich alle Berufsmöglichkeiten offen. Lebe dein Talent. Dieses Berufsporträt widmete Ihnen die WKO Oberösterreich.